Was ist das denn? Jetzt mit Schaden oder raus? Einfach nicht dann wegdrehen. Alan zur Seite. Alan, du bist hier lockerer da. Ist es Alan für Sie? Nein. Nein. Alan anboxen. Anboxen. Genau. Und dann bewegen. Mach mal schneller wieder. Mach mal schneller wieder auf. Mach mal schneller wieder auf. Kämpft mal technisch. Okay? Ihr müsst hier nicht auf die Fresse hausen. Das ist fest. Komm mal, du bist der Wachsende. Alan ist schon über Wünste. Das sind keine Leichtspurbergschläge. Okay? Okay. Schlafen. 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 Genau. Das sind Schläge. Daniel, wir sind gut. Wenn du die Schläge machen solltest du aber auch so viel angehen. Schlafen. Jetzt schlafen. 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 Genau. Noch ein anderer raus. Alan, du musst mitschlagen. Okay? Nicht mit der Fresse. Jetzt schlafen. Schlagen. Komm. Rühr. Dann geh mal zur Seite. Und jetzt nur nach hinten. Und jetzt komm. Du gehst wieder. Du gehst da noch. Kombinationen. Und raus. Und schlafen. Schlafen. Komm. Nicht nichts machen, wenn er dich anfasst. Okay? Und raus. Du weißt, dass er jetzt angreift. Jetzt. Genau. Und rein. Wieder rein. Komm. Geh rein. Dann mehr Aktionen. Okay? Weil du zählst. Deswegen. Genau. Jetzt, wenn ihr angreift, schlägst du mit. Komm. Komm. Mit schlagen. Mit schlagen. Mit schlagen, Adam. Komm. Vielleicht wird gesagt, du hattest gefahren. Ja, aber mach es einfach. Dann kriegst du vielleicht ein, zwei Schläge. Aber du. Schlauch. Genau. Du musst nur mal die Distanz. Nur die Distanz musst du durch. Okay?